Hallo und herzlich willkommen zur 28. Folge unseres Let's Plays zu Mass Effect. In der letzten Folge haben wir hier einen Betrüger... Tadi, was machst du da? Na, also. Einen Betrüger hier im Flux ausfindig gemacht und ihn zur Strecke gebracht. Und seltsame Daten an einem Quasar empfangen. Und irgendwo... Also hier steht es nochmal mit der Tagebucheintrag, Signalordnung. Es ist ein Bezirkszugangskorridor. Dafür müssen wir in jene Richtung, da kommen wir nämlich nach einer total blöden Fahrstuhlfahrt zum Zugangskorridor. Und wir haben noch die Wards untersucht nach den Keepern. Und sind wir uns jetzt eigentlich ziemlich sicher, dass es nur noch Keeper im Presidium geben muss. Beziehungsweise im Citadel Tower. Hatten wir auch schon. Es wiederholt sich immer wieder und immer wieder. Es ist schlimm. Ich glaube, wenn gewisse Sachen später in der Story passieren, kann man hier auf der Citadel auch so durchsagen und Fahrstuhl sich anhören. Wenn nicht noch richtig informiert sind. Aber egal. Wir sind jetzt am Zugangskorridor angekommen. Und schauen mal, was das mit diesem seltsamen Signal auf sich hat. Was sagen Sie, Herr Keeper? Nichts. Wie ich mir dachte. Keeper sagt nichts. Aber auch gar nichts. Hier ist auch nichts. Doch da. Ich sehe doch dein Ausrufezeichen auf der Map. Ach da. Signalquelle untersuchen. Es sieht aus, dass sie ihr Signal auf einem Relay aus dem Relay zerbauen. Ich schreibe das neue Signal. Okay. Ich darf das neue Signal. Tagebuch. Finanzbezirk des Presidiums. Wir müssen so oder so ins Presidium an, so passt uns das ziemlich gut. Hoffentlich sind die Keeper auch, die restlichen drei Keeper irgendwo auch im Presidium versteckt, wo wir noch nicht geguckt haben. Weil, wenn ich sie denn nicht finde... Was ist mit den Helmets, Talie? Sind alle Quarien schuldig? Oder glaubst du nicht, dass die Außenländer deine Gesichter sehen? Nein. Oh, leben in der cleanen Umgebung der Flotillen hat unsere Immunsysteme verankert. Die environmentalen Umgebung schützen sich gegen Krankheiten. Natürlich. Alles, was nicht immer ständig beantwortet ist, wird verankert. Auf der Karte, wo wir auch gleich hingehen werden. Ich meine, wenn wir schon mal hier das Ausrufezeichen haben, sollen wir es ausnutzen. Da ist der Hannah, mit dem wir nicht reden können. Das ist ein Keeper. Keep the Truth. Jetzt müssen wir echt hier gucken. Okay, das ist der Hannah, mit dem wir noch nicht reden können. Das ist Wiener, von der wir nichts haben wollen. Ich gucke erstmal die Brücke hier hoch. Dann gehen wir hier runter und dann können wir hier unten gucken. Lade Daten. Lade Bier. Okay. Ich hoffe, dass auch diese restlichen Keeper, die uns hier noch fehlen, hier auch relativ easy zu finden sind. Weil sonst könnte das alles ein bisschen komplizierter werden, als gehofft. Wir laufen mal noch hier außen rum. Gucken dann hier. Gucken dann hier unten. Gucken hier noch ein bisschen. Gehen dann so in Richtung da hinten. Da hinten. Signalquelle. Ach, das geht zur Bank. Da, wo dieser Wolves war. Ich bin mir nicht... Ich glaube noch zu wissen. Ich glaube zu wissen. Oh, Tali. Was gibt's? Die Protheons haben sicherlich den ästhetischen Wert des Mass-Relais verstanden. Was haben wir die Quarons gelernt haben, zu erzielen während unserer Wanderungen. Bitte, nicht die Keeper. Ah, ja. Das ist Abine, die sagt... Nein, danke. Die sagt... Nein, Mann. Ich will nicht, dass sie scannen. Das ist gegen die Regeln. So, wir gucken mal im Citadel Tower. Eigentlich sollten wir da alle gemacht haben. Laut meiner Erinnerung. Aber es kann sein, dass wir dann doch noch da irgendwo was vergessen haben. Du weißt, Saren würde schon in Ordnung sein, wenn du direkt zu dem Künstler mit deiner Informationen gingen würdest. Ein bloßes Quarion mit keinen Kredenzen? Der Künstler würde mich aus der Kampagne schreien. Das ist, als ob Saren mich dann nicht töten hätte. Klingt verständlich. Wenn wir das mit den Keepern in der nächsten Zeit nicht schaffen, dann kann es sein, dass ich die Submission erst mal verschiebe. Weil irgendwie will ich ja auch mal noch vorankommen. Ja, ich kenne die Keeper-Positionen nicht alle ausländisch. Ich weiß, beim hier und da waren so zwei, drei Keeper, die waren ein bisschen schwieriger zu finden. Ansonsten waren die gar nicht so schwierig. Ich glaube, ich habe damals sogar wegen einem Keeper im Internet geguckt gehabt, weil ich den nicht gefunden habe. Lade Bier. Könnte sein, dass ich da auch wieder nachgucken muss. Wäre natürlich jetzt doof. Aber könnte man ja so schnell nicht annehmen. Den Keeper haben wir. gescannt. Ähm, hm. Aber ich glaube, da waren nicht so viele Keeper, die man scannen konnte. Außer diesen einen da in der Ecke, wo ich halt noch wusste, der ist ein bisschen fieser versteckt. Da gibt es schon mal nichts. Mit dem Citadel Rapid Transport wollen wir ja nicht reisen. Da oben ist Captain Anderson. Den werden wir noch ein wenig ignorieren. Den Keeper, den haben wir ja schon. Der ist ja der Keeper ganz am Anfang. So, äh, hier hinten noch ein Keeper. Ich weiß noch, wo einer ist. Oder ich glaube, ist zu wissen. Hm, da müssen wir nach da oben. Ich glaube nämlich, genau da waren ein oder zwei versteckt in der ganz hinteren Ecke. Also, hier links, da sieht man das. Da müsste einer noch versteckt sein, wenn ich mich recht erinnere. Hm, ich glaube, wir müssen dann sogar kurz den Subplot hier machen, um diesen Keeper da oben zu finden. Ich glaube nämlich, da waren zwei. Kommandant. 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 Okay, äh, dann würde ich sagen, machen wir doch lieber mal die Main Mission. Nachdem wir die Mission gemacht haben, können wir, äh, sind wir sowieso noch ein bisschen auf der Citadel. Und später kann man eh wieder auf die Citadel. Ich spreche mit Captain Anderson. Damit wir, äh, da auf die Citadel 2 kommen. Sehr gute Beweise. Ich erinnere die andere Sprache, die die mit Saren sprechen. Matriarch Benezia. Matriarch Benezia? Wer ist sie? Matriarchs sind die powerful Asari, die in der letzten Phase ihrer Leben sind. Revere für ihre Wissen und Erfahrung. Sie sind als Guides und Mentors für meine Leute. Matriarch Benezia ist eine powerful Biotik, und sie hat viele Followern. Sie werden eine Formidabel für Saren. Ich bin eher interessiert in die Reapers. Was wissen Sie über sie? Die Geth verehren sie. Noch nicht. Hör auf, was du sagst. Saren will die Maschinen zurückbringen, die alle Leben in der Galaxie ausbauen. Unmöglich. Es muss sein. Woher gehen die Reapers? Warum sind sie weg? Wie haben wir keine Erinnerung gefunden? Wenn sie wirklich waren, hätten wir etwas gefunden. Ich versuchte, Sie über Saren zu warnen, und Sie versuchten, die Wahrheit zu erinnern. Verstehen Sie denn nicht? 50.000 Jahre vorhin, die Reapers haben alle galaktische Zivilisation ausbauen. Wenn Saren die Konduit, dann wird es wieder passieren. Saren ist ein Röge-Agentin für seine Leben. Er hat keine Recht oder Ressourcen von einem Spektrum. Der Kampsel hat ihn aus seiner Position geholfen. Das ist nicht gut genug. Du wirst wissen, dass er irgendwo in der Traverse schläft. Ja, natürlich. Schicken Sie mich. Nein, es ist zu schnell. Die Humanität ist nicht bereit für die Verantwortung, die mit der Begründung des Spektrums zu erinnern. Du musst nicht eine Fläche ins die Traverse schläft. Und der Ambassador bekommt seinen Spektrum. Jeder ist glücklich. Oh, ja! Click, click, click. Commander Shepard, step forward. Wo kommen die alle her? Es ist die Begründung des Councils, dass Sie all die Macht und Privilegien des Spektrums zu erinnern können. Die Spektrums sind nicht trainiert, sondern chosen. Individuen in der Feuer der Service und der Begründung. Die, die ihre Aktionen aufzunehmen, über die Reaktion des Spektrums zu erinnern. Spektrums sind ein Ideal, ein Symbol, das Erinnerung von courage, determination und self-reliance. Sie sind die rechte Hand des Councils, Instrumente unserer Willen. Spektrums haben einen großen Wettbewerb. Sie sind die Begründung des Galaktischen Friedens. Sie sind beide unsere erste und letzte Linie der Begründung. Die Sicherheit der Galaxie ist ihre, um sie zu erinnern. Sie sind die erste menschliche Spektrums, Commander. Das ist ein großer Erfolg für Sie und Ihre gesamte Spezies. Vielen Dank. Ich bin erheblich, Councilor. Wir senden Sie in die Traverse, nach Seren. Er ist ein Fugitiv von Justiz, also Sie sind verpflichtet, dass Sie irgendwelche Möglichkeiten nutzen, um ihn zu erinnern oder zu erinnern. Irgendetwas, wo wir ihn finden können? Wir werden alle relevanten Fälle an den Ambassador Udina. Diese Gespräche des Councils ist fertig. Vielen Dank, Commander. Wir haben viel Arbeit, Shepard. Du brauchst eine船, eine Crew, eine Begründung. Du bekommst jetzt die Speziale und Training. Du solltest nach der CSEC-Akademie gehen und sprechen mit der Spektrums-Requizitions Officer. Anderson, komm mit mir. Ich brauche deine Hilfe, um alles zu erinnern. Okay, yeah. Wir sehen uns, Spectrum. Der Scheibler hat dir überhaupt nicht bedankt. Bis ich finde, Saren, habe ich nichts getan. Komm schon. Genau hinter dir, Shepard. Was gibt's, Rex? 300 Jahre vorhin, die Gäste dringen meine Leute in den Exilien. Ähm, Rex. Irgendwo hier hinten war einer, das weiß ich noch. Ich habe, da hinten ist der. Wenn wir den noch nicht gescannt haben. Weil bei meinem Spiegel damals, kann ich mich erinnern, da gab es genau diesen Keeper. Oder diese zwei Keeper, die sind, ich weiß nicht, wie viele hier sind. Äh, die ich dann damals gesucht habe und echt nicht gefunden habe. Ha, da ist schon mal der Keeper. Na ja, diesmal würde er mich nicht verarschen. Drecks Keeper. Aber gut, da können wir nicht drüber. Ist aber auch nicht schlimm. Ich glaube, bevor wir dann noch, äh, die Citadel verlassen können, müssen wir sogar noch ein paar Dinge klären, äh, mit den Leuten hier. Gut, dass wir auch neue Schmeicheln-Optionen freigeschaltet bekommen haben. Das ist nämlich ziemlich wichtig. Gut, jetzt können wir aber auch sagen, wir haben den Teil hier von der Citadel auch erforscht. Was sagt eigentlich unser Tagebuch? Mit dem Botschafter sprechen, äh, mit dem in der Andoch-Burg der Allianz. Okay. Okay, Squad. Dann, äh, Präsidium. Bezirkszugang. Ich glaube, Bezirkszugang müssen wir hin. Boah, ich weiß es nicht genau. Müsste aber so Pi mal Daumen stimmen. Oder was sagt jetzt unser Tagebuch? Ähm, unsere Aufträge. Ah ne, wir müssen jetzt noch einen finden. Der letzte Keeper. Äh, ne. Keine. Hm. Ja, aber nichts ist gesagt. Haben wir das da unten eigentlich schon durchsucht. Irgendwo ist noch ein Keeper, ey. Keeper. Jetzt könnten wir mal kurz hier gucken. Jetzt müssten wir diese Schmeicheln-Option nutzen können. Hanar. Hanar. Was, äh, gibt es Eiger? The CSEC Officer request that this one purchase an evangelical permit to spread the... Okay, bla 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 bla. Gehen wir nochmal mit dem Officer. Lassen Sie den Hanar raiden. I think you should let the Hanar preach in the Presidium. The Presidium is a place of culture and respect. Why should the Jellies get special treatment? Every other species understands and obeys the laws. Tja, äh, er macht keine Probleme. Has anyone actually complained about this Hanar? Not yet. But any good CSEC Officer removes problems before they create a public nuisance. Die Hanar wurden gewarnt. You've explained the law. If the Hanar gets in trouble, it has nobody to blame but itself. I suppose I can tell my superior that I attempted a diplomatic solution. Some other CSEC Officer can arrest the Hanar. It's no longer my problem. Thank you for your assistance. Kein Problem. Kein Problem. Ich glaube, später rennt er dann da rum und macht dann hier kein Problem. Ja, wir haben Geld bekommen. Ja. Der fängt jetzt an zu prädigen. Das ist total lustig. Ich glaube, dass der sogar Bibelsachen zitiert. Fragt mich bitte nicht. Aber ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl. Also, das war die 28. Folge unserer Space Mass Effect. Wir müssen noch einen Keeper finden. Wenn wir den in der nächsten Folge nicht finden, werde ich mit der Hauptmission weitermachen. Denn wie wir hier sehen, außer die Signalordnung, die wir jetzt auch noch machen können, ist ja direkt auf dem Weg. Ähm, gibt es gar nichts mehr zu tun. Außer diesen einen Keeper zu finden. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Das war die 28. Folge unseres Space Mass Effect. Lifemaker over and out.